Käfer. Mit was? Prachtkäfer heißt der Scan. Sieht geil aus, ne? Spiel ich schon die ganze Zeit. Rostlaube sieht richtig cool aus, man. Ja, ich weiß nicht, das ist alles so... Weiß ich nicht. Aber den Verdiever, den hab ich mir gekauft, tatsächlich. Beziehen Sie die Verteidigungsstellung. Ich weiß nicht, ich hatte ziemlich viel Luck mit den Lootboxen. Ja, aber ich hab kaum was bekommen. Ich hab zweimal 500er Credits gekriegt. Schon. Alter, ich hab mich einmal gehabt. Ich hab immer nur, wenn schon, 50er Credits gekriegt. Und ich bin schon Level 3. Was haben wir denn? LOL. Tank Power, oder was, haben wir? Am Start? Zwei Rortox ist immer geil. Ja, vor allen Dingen haben wir auch Torbjorn. Das ist echt krass. Ja, Torbjorn ist doch echt fies mit diesen automatischen. Weißt du was? Ich spiel mal ne Runde mit Bastion. Ja, alles klar. Spielen wir jetzt Tower Defense. Ja, warum nicht? Kann man irgendwo die da abfacken? Nee, kann man nicht. Aber auch weil ich diesen Skin spielen will, der sieht sehr geil aus. Okay. Doppel Reinhard von uns auf der linken Seite. Plus Torbjorn. May ist rechts. Und ich steh vorne. Okay, ich glaub die stehen alle rechts. Tracer kommt raus. Eva. Oder Tracer ist direkt down. Die haben Winston. Die sind alle tot schon. Zwei sind noch nicht rausgekommen. Der Rest ist tot. Ja, der Reaper hat mich ultra gefickt. Was haben sie noch? Soldier. Oh, der Reaper will mich. Oh, und Tracer auch. Und Winston auch. Verpisst euch. Ich bin down. Ich hab nur 300 Leben alter. Das wusste ich gar nicht. Er heftet mich an. Als ob der Wichser jetzt schon seine Drecks-Ult hat, man. Das ist doch so ein schlechter Scherz. Wie kann man denn so schnell eine Ult kriegen? Alter, pflücken die mich hier auseinander. Stehen mit alle Mann auf dem Spot. Ganze Team. Beide. Abwechern. deals von der Krieg. Geht nicht zu. Entschuldigung. Ne, nein, nein. Stehen mit. Unterkauf. Straftydi. Zielkopf verloren. Halten Sie die Fracht auf. Die. 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 Ja, natürlich hat er seine Ult. Wer hat mich denn da gecatcht? Ah, der fuck Reaper hat mich angeschockt. Oh, ich hab Senjata fast down gehabt, nein! Junge, er hat mich schon wieder gedroppt mit seinem scheiß Ult, der Tracer. Ich bin mit McCree, Alter. Nur irgendwo rumzusitzen und irgendwie drauf zu warten, das wäre cool bis zu lange. Alter, die Tracer! Wie sie... Boah, das... Oh, pff... Keine Chance. Ey, wo der Reaper gerade seine, seine Ult gemacht hat, hab ich, äh, hab ich ihm meine Stungranate um den Kopf geworfen. Hat jeden Schirm hochgefahren! Alter, ist das zum Kotzen! Die Tracer geht mir so hart auf den Sack, Mann! Alter, die können mit dem ganzen Team nach vorne pushen! Ich hab den Reaper voll den Headshot aus einem Meter gegeben, weil er sich dahin teleportiert hat. Und er ist nicht gestorben. Und er ist nicht gestorben! Oh, das tut mir jetzt zu Hause leid. Nein, auszusteigen. Nein! Ich treff niemanden. Volle Energie! Ja, der Soldier tristet jeden Schuss! Er wird wieder gehealt! Alter, warum kann ich nicht mal so ein Drecksteam haben, ey? Die healen umsonst was. Ja, jetzt haben sie es durch. Das ist so lächerlich. Ich will auch mal ein Team haben, wo ein Mercy die ganze Zeit lebt. Und nicht so ein scheiß Lappen ist. Die ging gar nicht. Zwei Kills, was ist das für ein Game? Da habe ich bessere Kills gemacht gerade. Aber ich gebe dir trotzdem Props, weil sie gut war. Reicht gut. Perfektion ist Belohnung genug. Alter, war das gerade ab. Fuck die Runde. Ich habe meist... Ich habe meist die Eliminierung mit Sex. Ich habe fünf. Ich habe nicht mehr als fünf. Untertitelung des ZDF, 2020